«Finanztanz», der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit Andrin Willi. Und der begrüsst alle zur 126. Ausgabe. Und ich freue mich, dass ich in dieser Staffel von Jenny Schneider und heute von Corinna Weiss begleitet werde. Heute reden wir nämlich über die KV-Reform. Corinna, im August 2023 sind die ersten Lernenden nach dieser neuen KV-Reform gestartet. Was waren jetzt betrieblich die grössten Veränderungen und welche Kompetenzen brauchen unsere Kaufleute in Zukunft im Büro? Bei der täglichen Arbeit spielt nebst dem Fachwissen auch immer mehr Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Lösungsorientiertheit, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit eine grosse Rolle. Damit wir diese Kompetenzen in der Arbeitswelt, also damit wir denen einen höheren Stellenwert geben, werden die bisherigen 92 Fach- und 28 MSS, also Methoden Sozial- und Selbstkompetenzen, ersetzt durch ganze Handlungskompetenzen mit integrierten Leitfragen und Praxisaufträgen. Was heisst denn das konkret? Der Fokus zählt neu viel mehr auf der Beurteilung von ganzen Handlungen in der Praxis und weniger einfach in der Beurteilung von einem Fachwissen. Also für die Banklernende ist es heute zwar wichtig, dass man das Kontoprodukt oder das Kontosortiment und die Basisdienstleistungen kennt, aber noch viel wichtiger ist auch, dass man die Bedürfnisse von der Kundin oder vom Kunden kennt, die Entleistung dann auch adressatengerecht erklären kann und natürlich am Schluss verkaufen. Also die ganze Handlung wird beurteilt und nicht nur, ob man das Fachwissen hat. Die Praxisausbildnerinnen und Praxisausbildner agieren auch heutzutage mehr als Lernbegleiterin und führen somit viel mehr Zwischengespräche, als das in der Vergangenheit war. Dabei steht auch immer mehr die Entwicklung im Vordergrund und weniger einfach nur die Beurteilung. Und für einen Austausch zwischen Lernend und Praxisausbildner müssen sich die Lernenden auch immer mehr selber hinterfragen. Das heisst, sie müssen, bevor sie das Gespräch machen, zuerst eine Selbstbeurteilung über ihre Leistungen in den vergangenen Monaten machen. Und was ändert sich im Berufsschulunterricht für unsere kaufmännischen Ausbildenden? Neu werden die Lernziele der KV-Lehr nicht mehr über die bekannten Fächer, sondern über so fünf Handlungskompetenzbereiche definiert. Es ist nicht mehr so, dass die bisherigen Fächer wie Deutsch, Franz, Englisch aber auch Informatik, Rechnungswesen bzw. W&G werden so, wie wir es gekannt haben, bisher nicht mehr unterrichtet. Die für die Praxis relevanten Inhalte werden in diesen fünf Handlungskompetenzbereichen abgedeckt. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch. Kannst du mir an einem konkreten Beispiel erklären und auch, ob und wie ihr die Reform bei der AKB umgesetzt habt? Ja, das ist definitiv ein bisschen kompliziert und ich habe selber auch lange gebraucht, bis ich es verstanden habe bzw. dass ich es auch einigermassen verständlich erklären kann. Ich versuche es jetzt hier mal anhand von einem Beispiel, so von einem Fallbeispiel, welches auch die Lernenden so in der Schule bearbeiten. Zum Beispiel Organisation von einem Älteren. Im Unterricht bekommen Sie dann auch Grundlagewissen zu der Lösung von diesem Fall. Bei diesem Beispiel wäre es die Planung vom Oben, zum Beispiel die Erstellung von einem Budget, die Einladung muss gestaltet werden, der Inhalt von der Präsentation muss definiert werden und natürlich auch ein PowerPoint gemacht werden. Und in diesem Fall sind ganz viele kaufmännische Aufgaben, die der Lernende beherrschen muss. Für die Lernenden wird anhand dieser Organisation, von dem Älteren oben klar, warum es wichtig ist, dass man ein Budget macht, also hier den Bereich Rechnungswesen, warum auch ein Serienbrief nützlich ist und wie eine attraktive PowerPoint-Präsentation gestaltet wird. Also eigentlich in einem Fall wird das Fach Deutsch, Informatik und Rechnungswesen behandelt. Und so soll sich dann auch in Zukunft handlungskompetenzorientierter Unterricht gestalten. Bei den BM-Lernenden ist das ein bisschen anders, die haben immer noch die alten Fächer und zwar, dass man eigentlich auch noch eine Übergabe oder den Übergang in eine Passerelle oder in eine Fachhochschule gewährleisten kann. Wir hatten das Glück, dass die Schweizerische Bankjönevereinigung uns zum Start dieser Reform so eine Empfehlung abgegeben hat, wie der Ausbildungsplan, also welche Handlungskompetenzen im ersten, im zweiten und im dritten Lehrjahr müssen abgedeckt werden. Das hat uns natürlich schon sehr viel Arbeit abgenommen und erst die Leitplanken gesetzt. Uns ist auch sehr wichtig, dass wir eigentlich von Anfang an bei dieser Reform die Praxisausbildnerinnen und Praxisausbildner mit ins Boot holen. Und darum haben wir im Frühling 2023 eine Projektgruppe gebildet aus verschiedenen Vertreterinnen von den Kundenzonen aus allen Regionen. Und dann haben wir zusammen den Ausbildungsplan für die ersten Lehrjahrlernenden, also für die ersten zwei Semester gestaltet. Ein paar Monate später haben wir dann auch alle anderen Praxisausbildnerinnen und Praxisausbildner noch während des Tages gemeinsam mit CYP über die Reform geschult. Natürlich sind wir auch, als das Ganze eingeführt wurde, monatlich im Austausch gewesen mit unseren Ausbildnerinnen und Ausbildern haben gegenseitig Erfahrungsberichte gemacht per Teams und ihnen nützliche Tipps mit auf den Weg geben. Aktuell haben wir gerade den Ausbildungsplan für das zweite Lehrjahr gemacht und werden in ein paar Monaten starten mit der Ausbildung von diesen 50 PAs, die dann im zweiten Lehrjahr die Lernenden übernehmen. Wir sind überzeugt, das ist eine gute Sache und wir sind jetzt schon gespannt, wenn dann der erste Jahrgang im Sommer 2026 abschließt nach der neuen Reform. Wow, vielen Dank, Corinna Weiss, für deine Infos rund um die KV-Reform. Ja, es klingt nach einem super spannenden Job und die Lehre bei der AKB ist so oder so eine gute Idee. Infos dazu finden Sie auch auf der Homepage akb.ch unter dem Thema Jobs und Karriere. Aber man kann dich oder deine Kollegin Jenny auch jederzeit einfach telefonisch kontaktieren, wenn es um Fragen der Grundbildung geht. eure Kontakte findet man ebenfalls auf der Homepage. Danke fürs Zuhören, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.